... und ein bisschen was mit Geld zu tun hat. Beziehungsweise, es singt eine Frau darüber. Frau Johanna von Pochian hat die Vorlage gegeben und es singt, das verrate ich jetzt nicht. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie schön, dass er über den Job nicht klagen kann. Ich bin Frau Lindner und Christian heißt mein Mann. Die paar Finanzen sind doch halt so wild, sagt mein Mann. Was für die Schulden ganz genauso gilt, sagt mein Mann. Wie sich der Steuerzahler da beschweren kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Wenn das mein Mann sagt, stimmt's haargenau. Er ist Minister und ich bin seine Frau. Ein bisschen tricksen ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Hin und her schieben schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie ein Verfassungsrichter, daran zweifelnd an, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Wenn das mein Mann sagt, stimmt's haargenau. Herr Christian Lindner und ich bin seine Frau, um dass er niemals wirklich Ärger kriegt, sagt mein Mann. Wenn ihm der Haushalt um die Ohren fliegt, sagt mein Mann. Weil er zum Grund den Haushalt einfach sperren kann. Er ist so clever, sagt mein Mann. Und in der wirklich allergrößten Not, sagt mein Mann, wenn's mit dem Haushalt schief zu gehen droht, sagt mein Mann. Kann er bei uns zuhause als Arbeitsloser dann den Haushalt machen, sagt mein Mann. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.